Ja, sehr bitter heute. Wir haben viele Chancen nicht genutzt, unter anderem ich. Und da sind wir sehr enttäuscht drüber, aber trotzdem haben wir gut gekämpft. So gegen Magdeburg mit zwei Toren zu verlieren ist immer noch ein gutes Ergebnis nach dieser anstrengenden Zeit jetzt. Ja, wir erholen uns jetzt ein bisschen, machen dann weiter und dann gibt es auch wieder Punkte. Leider haben wir heute Klapp verloren. Das war wahrscheinlich ein bisschen wegen der Aggressivität, was in der Abwehr gefehlt hat und die viele verlorene Bälle, viele verworfene Bälle in Angriff. Also wir müssen weiterarbeiten, aber trotzdem haben wir jetzt eine schöne Zeit hinter uns gehabt. Also weiter motiviert und trotzdem glücklich, dass wir gut platziert sind.